Argon Balance – Einfach ganz leben Prof. Dr. Ingo Frohböse Power durch Pause Stress stoppen Richtig abschalten Kraftvoll neu starten Gelesen von Andreas Neumann Ein Wort zuvor Sie sind den ganzen Tag in Hektik Die Uhr immer fest im Blick Damit Sie Ihr Pensum nur Ja schaffen An Pause ist gar nicht zu denken Abends sind Sie so kaputt Dass Sie sogar Ihr Treffen mit Freunden absagen Wenn Ihnen das auch nur ansatzweise bekannt vorkommt Ist dieses Hörbuch das Richtige für Sie Ich zeige Ihnen den Weg raus aus der Dauerüberlastung Und hin zu einem gesunden Rhythmus aus Leistung und Erholung Darin haben nicht nur Ihre täglichen Aufgaben Platz Sondern genauso Ihr Privatleben und Ihre Lebensfreude Als Vorbild dient der Hochleistungssport Spitzensportler leben uns vor Dass Pausen ebenso zum Erfolg gehören wie Anstrengung Die Sportler belasten sich in Training und Wettkampf bis an die Grenze des Machbaren Mit diesen Belastungen wird der Organismus nur fertig Wenn er ausreichende und erholsame Pausen bekommt Und nur mit diesen Pausen wird ein Sportler besser Deshalb muss der Pausenplanung jeden Tag viel Aufmerksamkeit geschenkt werden Um die Regeneration zu ermöglichen Schaffen Trainer und Sportler das nicht Droht ein Übertraining Das ist nichts anderes als unsere Überlastung Die wir an jedem Tag durchleben Und mit der wir irgendwie versuchen zurecht zu kommen Stress, hohe Arbeitsdichte und familiäre Beanspruchung Führen bei uns zu einer Erschöpfung, die auch ein Sportler kennt Doch er beugt vor und unternimmt gezielt etwas dagegen Und was tun Sie? Sie lernen ab heute vom Spitzensport An den Belastungen können wir meist wenig ändern An unserem Umgang damit aber sehr viel Mit der richtigen Pausenplanung und Gestaltung Sind die Belastungen für den Organismus kein Stress mehr Im Gegenteil Ihr Körper und Geist freuen sich dann Auf die nächste Aufgabe, die sie angehen Frisch und erholt Leben ohne Pause Völlig normal? Zeit und Leistungsdruck erscheinen heutzutage allgegenwärtig Leider entwickeln sie sich für viele Menschen immer öfter Von einem Phänomen, das auf überschaubare Phasen begrenzt war Zu einem Dauerproblem Denn das Gefühl von ständigem Zeitdruck Beschränkt sich inzwischen nicht mehr nur auf die Arbeitswelt Sondern hat auch unsere Freizeit und unser Privatleben fest im Griff Auch wenn wir eigentlich frei haben Reiht sich ein Termin an den anderen Immer häufiger fühlen wir uns deshalb nicht mehr nur wohlig müde Wie es nach einem ausgefüllten Tag gerne sein darf Sondern erschöpft oder gar ausgebrannt Denn die Anforderungen werden immer umfangreicher Und wir finden kaum noch Ruhe Das Problem zieht sich durch alle Ebenen des Lebens Durch alle Gesellschaftsschichten Und zwar unabhängig vom Alter Es betrifft selbst jene Bevölkerungsgruppen Von denen wir denken, sie hätten reichlich Zeit Und ungetrübten Spaß am Leben Kinder, Jugendliche und Studenten Die meisten Schüler etwa Arbeiten für die Schule genauso viel Wie Erwachsene in Vollzeitjobs Damit bleiben das Spielen Die Fantasie Freizeit und Bewegung leider auf der Strecke Rund 38,5 Stunden pro Woche Verbringen Schüler mit ihren Schulangelegenheiten Und es wird immer schlimmer Nachhilfe bekommen nicht mehr nur die schlechten Sondern mittlerweile auch die guten Schüler Um noch besser zu werden Schon Kinder und Jugendliche lernen auf diese Weise Dass nur Leistung zählt Und dass freie Stunden verlorene Stunden sind Dabei sind Zeit und Muse gerade in diesen Entwicklungsphasen Ungemein wichtig für die körperliche und seelische Entwicklung Für die Orientierung in unserer komplexen Gesellschaft Sie sind unverzichtbar Um zu einem stabilen und gesunden Erwachsenen heranreifen Vielen Dank